Bastian, wir saßen gerade nebeneinander und haben den Film geschaut und ich habe gemerkt, der Film ist auch nicht schwul ist an dir vorübergegangen. Du hast selber Konversionstherapie erlebt. Kannst du sagen, war das so wie im Film? Warst du der Jared? Also ich habe mich ziemlich oft wiedererkannt, habe viele Parallelen gesehen, habe echt gut nachempfinden können, wie er sich fühlt. Es war vieles ähnlich, ja. Es war nicht ganz so gezwungen, dass man ihn nicht rausgelassen hat, dass man ihn zur Wut gezwungen hat. So habe ich es nicht erlebt, stattdessen auf sanfte Art und Weise. Und der Zwang war nicht so deutlich zu sehen, aber trotzdem war er einfach da, weil ich dazugehören wollte, weil ich meiner Familie gefallen wollte und der Kirche. Deswegen konnte ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Was war nicht so wie im Film? Der Zwang? Und gab es noch Unterschiede? Es ist jetzt eine Produktion aus Amerika, also kann man das hier so auf Deutschland übertragen? Also ich kenne jedenfalls kein Camp, wo man hinfährt. Also so wie es da jetzt dargestellt wurde, dass man da halt den ganzen Tag war, von morgens bis abends. Ich kenne es halt eher so, dass man dann in eine Kirchengemeinde geht, dass dort dann Kurse sind für zwei, drei Stunden. Also so habe ich es auch erlebt. Also das ist auf jeden Fall schon mal anders. Und ja, also mit der Dämonenaustreibung habe ich auch erlebt, aber eben nicht, dass ich von der Bibel geschlagen wurde. Zum Glück. Jetzt bist du in der christlichen Gemeinde aufgewachsen und hast dort Konversionstherapie erlebt. Erzähl mir doch ein bisschen mehr. Wie solltest du denn geheilt werden? Durch ganz unterschiedliche Wege. Also erstens sollte ich auf jeden Fall Gottvertrauen haben. Ich sollte in Gott die Hoffnung setzen, dass er die Macht hat, diese Gefühle zu verändern. Ich sollte natürlich ganz viel beten. Ich sollte nah an ihm dran sein. Das heißt regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die Bibel lesen. Einfach mein ganzes Tun und Handeln nur auf Gott ausrichten. Also alles, was ich will, alles was ich bin, nur durch ihn zu haben und von ihm zu bekommen. Und das war halt so das Grundprinzip. Und dann gab es halt Einzeltherapien. Es gab große Gruppen, wo man zusammen therapiert wurde. Oder es gab dann halt die Dämonenaustreibung. Es gab Ölsalbung. Und ja, das waren so die verschiedenen Dinge, die ich mitgemacht habe. Und wolltest du das selber? Ja, unbedingt. Ich wollte das selber. Ich habe mich selber dazu entschlossen. Meine Eltern haben mich nicht gezwungen. Sie haben mich sehr unterstützt. Sie haben gesagt, sie helfen mir für das, was ich möchte. Aber ich wollte es selber, weil ich keine andere Wahl hatte. Weil ich bin da aufgewachsen. Ich habe mein gesamtes Leben in der Kirche verbracht. Ich war da 24-7. Ich habe selber Kindergottesdienst mitgemacht. Jugendkreise und später dann auch als älterer Jugendlicher auch immer noch mit dabei. Ich habe selber dann Kinderstunde gegeben. Ich habe im Jugendteam gearbeitet. Ich habe Jugendgottesdienste organisiert. Und wenn ich das weiter machen wollte, musste ich auch auf dem Weg der Veränderung sein. Sonst hätte ich das nicht tun dürfen. Und für mich war klar, wenn ich das nicht tue, verliere ich mein gesamtes Leben. Weil Gott ist alles, was ich habe. Die Kirche ist alles, was ich habe. Und ich könnte mit meiner Familie nicht mehr zusammen sein. Du hast aus dieser Zeit auch ein Zeitzeugnis mitgebracht. Ein Ausland aus deinem Tagebuch, den du vorlesen möchtest. Möchtest du den vorlesen? Ja, ich habe das zum ersten Mal. Also ich habe zwar schon mehrmals darüber berichtet. Genau, danke. Aber es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich jetzt aus diesem Tagebuch lese. Ich habe das eine ganze Zeit lang geschrieben. Und eben in der Zeit, wo ich halt verzweifelt war und nicht mehr schwul sein wollte und alles versucht habe. Und ich habe mich vorhin während des Films noch mal kurz umentschieden, dass ich eine andere Passage statt einer anderen noch lese. Weil die auch noch mal ziemlich ähnlich ist. Aber ich fange erst mal mit dieser an. Das ist der 4.12.2005. Heute war ein schlimmer Tag für mich. Es kam einfach alles zusammen. Am liebsten wäre ich aus dem Gottesdienst rausgerannt. Ich hätte geschrien, bis ich keine Stimme mehr habe. Es war alles wieder so kaputt in mir. Mein Äußeres war zerstört und ich war kaputt. Mir tat alles weh, hatte Schmerzen. Meine Seele war zerrissen. Ich wollte mit keinem mehr sprechen. Ich habe mir gewünscht, bei Gott zu sein. Ich wollte nur noch raus. Entweder die Qualen hätten mich zerstört oder ich mich selbst. Allein bin ich einfach nicht stark genug. Und dann später am 21.09.2009 war ich mit einer Freundin bei einem Pastor. Ich wollte, dass er für mich betet und er wusste von Anfang an über mich Bescheid. Er hatte mir erklärt, dass ich, um frei zu werden, erst eine Entscheidung treffen muss. Ich muss die Sünde, das, was mich von Gott trennt, die homosexuellen Gedanken und Wünsche lassen, nicht mehr zulassen. Heute habe ich laut eine Entscheidung getroffen. Jesus, mein Vater, ich will dich lieben. Ich will dir gehorchen und dir nachfolgen. Ich hasse die Sünde und alles, was mich von dir trennt. Ich hasse die Dinge, die dir missfallen. Ich hasse homosexuelle Gedanken. Ich hasse homosexuelle Taten. Ich hasse homosexuelle Empfindungen. Ich hasse homosexuelle Gefühle. Ich hasse es, einen Mann auf eine Art und Weise zu berühren, die dir nicht gefällt. Ich hasse es, Männer anzusehen mit homosexuellen Gedanken. Ich hasse es, in meinen Wünschen und Gedanken homosexuelle Dinge zuzulassen. Ich will frei sein. Vielen Dank. Was war so der Punkt, an dem du gemerkt hast, das funktioniert nicht? Also es gab immer wieder den Punkt. Innerhalb von acht Jahren hatte ich immer wieder mal so ein Auf und Ab. Ich hatte in der Zeit immer wieder Phasen, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, es klappt nicht. Und hatte zwischendurch auch einen Partner gehabt und mich dann von denen wieder getrennt, weil ich gesagt habe, ich kann mir keine Zukunft mit dir vorstellen. Und mit 21, nach meiner letzten Dämonenaustreibung, da habe ich wieder gemerkt, dass die Veränderung ist nicht gekommen, wie man mir gesagt hatte, wie man es mir versprochen hatte. Die Gedanken sind immer noch die gleichen. Und ich war ziemlich verzweifelt und mir ging es einfach nicht gut. Und ich war mit einer Freundin beim CSD in Hannover, mein erster CSD, weil um Gottes Willen so viele Schwule und Lesben und Drag Queens, das geht gar nicht. Und da stand ich und wollte mir das unbedingt mit Jan gucken. Und habe einen Mann gesehen und wir hatten Augenkontakt und ich bin zu ihm hingegangen und irgendwas hat mich da hingezogen, seine Augen. Und in dem Moment, wo wir gesprochen haben, habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss leben. Also entweder treffe ich jetzt eine Entscheidung, einfach weiterzumachen und irgendwann passiert mal was oder vielleicht auch nicht und ich sterbe irgendwann völlig einsam und verzweifelt. Oder ich versuche es einfach mal und gucke, ob mich der Blitz trifft. Und an dem Punkt habe ich für mich einfach so eine Entscheidung getroffen und dann hatte ich die Befreiung, die ich immer wollte. Lise Lotte Mahler, Sie sind Oberärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité. Und Sie sind eine der Ärztinnen, die sich jetzt gerade sehr öffentlich auch dafür einsetzt, aufzuklären über Konversionstherapien. Sagen Sie uns doch, was macht es denn mit einem Menschen, wenn dem gesagt wird, er oder sie solle heterosexuell werden? Ja, also was macht es mit einem Menschen? Ich glaube, das wurde im Film und Bastian Melch hat es ja auch sehr gut beschrieben gesagt. Es geht ja letztlich darum, dass etwas, was sozusagen in der Minderheit gehört, verändert werden soll, was nicht verändert werden kann. Was macht es? Es bedeutet, es liegt an dir. Wenn du dich änderst, ist es möglich, dass wir dich akzeptieren, dass du Teil der Mehrheit bist, dass du das leben, was wir für dich wünschen. Es ist ja oft auch gar nicht sozusagen, auch das war im Film deutlich spürbar, dass es aus einem schlechten Wunsch für die Kinder zum Beispiel passiert, sondern eigentlich, dass man sich für das Kind wünscht. Es müsste nicht darunter leiden, einer Minderheit anzugehören oder nicht Teil der gewünschten Gesellschaft zu sein. Und es macht einen enormen Druck und es macht eine tiefe Verzweiflung, weil es bedeutet, wenn ich versage, dann verliere ich alles. Und das in einer Krise und es betrifft gerade, der Botschafter aus Malta hat das auch gesagt, gerade in einer vulnerablen Zeit, es sind Kinder und Jugendliche, die überlegen, warum bin ich anders? Ich bin anders auch in der eigenen Familie, was einen ja nochmal unterscheidet zu anderen Ethnien, zum Beispiel ethnischen Minderheiten. und so dieses Punkt alleine verzweifelt zu sein, was ja auch nicht alle LGBTIQ-Menschen haben, aber eben die, die es haben, das sind auch die, die dann anfällig sind für diese Messages, also die nicht unterstützt werden von den Eltern, von Freunden, Freundinnen, die sagen, du musst was tun, du musst dich ändern. Und das verstärkt diese Verzweiflung, das ist fatal. Und jetzt sagen aber gerade Evangelikale, die das in Anspruch nehmen oder die das anbieten, ja, aber es betrifft ja nur Menschen, die das möchten, also die sich selbst ändern möchten. Und das sei dann ihre freie Entscheidung. Und Bastian hat ja auch gerade gesagt, er wollte damals ja auch geheilt werden. Was ist also das Problem daran? Nun, und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn die Diagnose Homosexualität so in den Klassifikationssystemen nicht mehr vorhanden ist. Es gibt ja zwei, das letzte, sozusagen das weltweite, also nicht das amerikanische, da wurde es 1991 die Diagnose rausgestrichen, aber es blieb eine Sache drin und das ist die sogenannte Ich-Destone-Sexual-Orientierung. Das heißt eine Orientierung, mit der ich mich selbst nicht identifizieren kann, Schrägstrich möchte, sollte. Und diese Diagnose existiert im aktuellen ICD-10 noch und durch viele Bemühungen, auch unsererseits, wurde sie aus dem neuen ICD-10 gestrichen. Aber sie gibt es noch. Das heißt, es gibt eine Diagnose dafür, ich fühle mich mit meiner sexuellen Orientierung nicht wohl. Ganz kurz, wurde sie jetzt gestrichen oder nicht? Sie wurde gestrichen, das ICD-11 gibt es, aber es ist erst ab 2022, 2022 gültig. Das heißt, im Gültigen gibt es diese Diagnose noch. Das war ein Hintertürchen, was sich sozusagen offen gehalten wurde. Und im Grunde genommen, ich glaube, das wissen nicht so viele, könnte man legal noch Konversionsverfahren, wie ich es gerne nennen würde und nicht Therapien, weil das pseudoprofessionelle Verfahren aufwertet, angeboten werden. Und da sieht man mal, dass wir noch nicht so weit sozusagen weg sind davon, dass es pathologisiert wurde, ganz abgesehen davon, dass es als Sünde oder Verbrechen gewertet wurde oder weltweit noch in großen Teilen gemacht wird. Und insofern gilt es, das zu schützen und zu schauen, wie wir diese Hintertüren schließen und klar zu sagen, und das ist neu und der Weltärztebund hat das getan, zu sagen, Homosexualität, es gibt keine Unterscheidung zur Heterosexualität. Weder Entwicklung, noch in Konstellation, noch in irgendwas, außer das, was man sich unterscheidet, in dem Geschlecht des Gegenübers, was man liebt oder begehrt. Und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Aber es gibt ja trotzdem Menschen, die merken, dass sie lesbisch sind, dass sie schwul sind oder dass sie bisexuell sind und die ein Problem damit haben. Was sollten Ärzte denn diesen Patienten raten? Nun, warum besteht das Problem? Das Problem besteht, weil man einfach Angst hat vor Verlust, vor Diskriminierung. Das ist der sogenannte Minderheitenstress, der unglaublich gut erforscht ist. Also das sogenannte Minority Stress, also zu einer Minderheit zu gehören, keine Unterstützung zu haben dazu führt, dass man eben zum Beispiel tatsächlich dazu neigt, mehr psychische Erkrankungen zu haben, wie Depressionen, Ängste, Angsterkrankungen, Abhängigkeiten. Und dass jemand, der damit hadert und nicht die Unterstützung hat, zu offen, ich stärkend, zu begegnen in der Therapie, zu beraten. Wenn es eine relevante Diagnose gibt, die eben auch relevante Symptome hat und nicht einen Konflikt, den ich habe in meiner sexuellen Orientierung, zum Beispiel eine klare Depression, dann gilt es, die Depression zu behandeln und zu gucken, was könnte zum Beispiel die Ursache sein und woran liegt es? Wo hat man Angst? Wo hat man Scham? Und zu begleiten in einer Findung und keinen Druck auszuüben, sich festlegen zu müssen und erstmal anzuschauen, was ist da los? Und das ist das, was diese sogenannten Konversionstherapeuten, Therapeutinnen sagen, dass die normalen oder wissenschaftlichen Therapeuten, Therapeutinnen sich nicht widmen, wenn jemand einen Konflikt damit hat. Und zu sagen, wir widmen uns diesen Menschen, wir helfen diesen Menschen, die einen Konflikt haben. Und das ist perfide, weil es natürlich nicht darum geht, in einer Therapie zu sagen, du bist jetzt schwul, du bist jetzt lesbisch oder sie sind jetzt schwul, sie sind jetzt lesbisch, jetzt entscheiden sie sich dafür und gut ist. Sondern zu gucken, wo liegen die Ängste und wirklich ich stärken zu arbeiten. Und das heißt, es geht um Beratung und um, falls psychische Symptome auftreten, diese Leitlinien gerecht zu behandeln. Lukas Havrilak, du hast eine Petition gestartet auf change.org und darin forderst du ein Verbot von Konversionstherapie per Gesetz. Passiert denn das heute noch in Deutschland? Also wir haben jetzt schon gesagt, okay, die Diagnose gibt es noch. Aber brauchen wir denn jetzt da ein Gesetz? Ich glaube, Beispiele wie Bastian zeigen, dass wir das brauchen. Ich glaube, es gibt noch mehr Fälle. Viele, viele Leute trauen sich einfach nicht darüber zu reden, weil die Scham sehr, sehr groß ist. Also aus dem, was ich bisher gehört habe, von Leuten, die das mitgemacht haben, von Personen, die daran teilgenommen haben, da ist die Schamgrenze sehr, sehr groß und die Leute mögen einfach nicht darüber reden. Und deswegen ist die Dunkelziffer, glaube ich, sehr, sehr groß, was wir einfach überhaupt nicht wahrnehmen können, wie groß das Problem ist. Und deswegen glaube ich natürlich, dass wir ein Verbot brauchen, weil das auch, glaube ich, ein wahnsinniges Signal senden würde von oberster Stelle von der Regierung, die sagt, ihr steht unter besonderem Schutz, ihr seid normal, das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass das schon eine ganz starke, abschreckende Wirkung hätte. Terry Reintke, du bist Mitglied des Europäischen Parlaments und hast dich auch mit Konversionstherapien intensiv befasst und wie man das politisch jetzt angehen kann. 2018 hat das Europaparlament, also im letzten Jahr, hat das Europaparlament Konversionstherapien mit großer Mehrheit verurteilt. Ich habe das gestern nachgeschaut. Total spannend. Dieser Zusatzantrag wurde mit 435 zu 109 Stimmen angenommen, also mit wirklich großer Mehrheit. Wie war das denn möglich im Europaparlament? Also ich meine, hier in Deutschland diskutieren wir gerade über ein Gesetz und im Europaparlament ist es irgendwie scheinbar Konsens. Ja, man muss aber dazu sagen, wir sind ja nicht die Ebene, die da legislativ das wirklich umsetzen kann. Also das ist eine Resolution, die ist wahnsinnig wichtig gewesen, wichtiger erster Schritt zu sagen, wir verurteilen das, wir wollen dieses Verbot, aber wir sind da nicht diejenigen, die das wirklich machen. Und ich hatte den Eindruck, das war in der Debatte, da haben wir nicht nur über das Thema Konversionstherapien gesprochen, sondern auch über die Frage Pathologisierung von Transidentitäten zum Beispiel und haben das damit verbunden und haben dann geschafft, auch über sehr viel Aufklärungsarbeit, da ist auch unfassbar viel Missinformation, Falschinformation, worum es da eigentlich geht, rumgewabert und da haben wir es geschafft, dann eben diese große Mehrheit zu erreichen. Ich sage das aber ganz bewusst auch mit einer Fußnote, weil ich der Meinung bin, dass, und da schütte ich vielleicht auch ein bisschen Wasser in den Wein, weil ich nicht glaube, dass diese Diskussion, auch wenn jetzt gerade alle so einhellig in der GroKo sagen, wir wollen das, dass das so einfach werden wird. Und vielleicht nur ein Punkt, weil ich schon im Europaparlament, wir haben da eine klare Mehrheit für gehabt, aber wir sehen eben auch, wie die andere Seite sozusagen gerade probiert, diese Debatten, um zum Beispiel das Thema Repathologisierung von Homosexualität wieder Mainstream-fähig zu machen. Und da glaube ich schon, dass die Diskussion, die wir führen werden, die wird am Ende nicht sein, sind Homoheiler gut oder schlecht. Die Diskussion, die wir führen werden, und das wird in den USA auch genauso geführt, ist, darf ich das denn noch denken? Wird nicht meine Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn ich nicht mehr sagen darf, die Homosexuellen, die müssen aber geheilt werden können? Und das ist, glaube ich, eine viel schwierigere Diskussion, auf die man politisch auch noch mal anders reagieren muss, als die Frage, ist das, was wir jetzt gerade in dem Film gesehen haben, ist das, was dir passiert ist, ist es okay oder ist es nicht okay? Und da glaube ich einfach, dass wir darauf vorbereitet sein müssen. Ich bin natürlich wahnsinnig froh, wenn die GroKo das jetzt angeht und endlich macht. Ich will aber auch wirklich sehen, dass das passiert. Ich will nicht nur Ankündigungen, sondern ich will, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Dann hoffe ich, dass wir einen wichtigen Schritt gehen können. Aber gleichzeitig glaube ich, wir haben auch einen gesellschaftlichen Rollback. Wir haben gerade einen Backlash. Und wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die Debatte nicht so einfach wird, wie wir uns das vielleicht zum Teil vorstellen. Du hast mir gerade noch erzählt, ihr habt auch eine Resolution zu Intersexuellen durchgebracht. Was hat das denn mit Konversionstherapien zu tun? Genau, das ist noch ein Grund. Jetzt habe ich so viele negative Dinge gesagt. Eigentlich gibt es auch viel Grund zu feiern. Wir haben letzte Woche die erste Resolution im Europäischen Parlament verabschiedet zum Thema Rechte von Intersex-Menschen, was auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt war. Und da passiert ja genau das Gleiche. Also genau die Frage von Depathologisierung betrifft ja auch Intersex-Kinder zum Beispiel. Und da haben wir als Europäisches Parlament ganz klar gesagt, wir stellen uns gegen sex-, also geschlechtsnormalisierende Behandlung und geschlechtsnormalisierende Operationen bei Intersex-Kindern. Das war nochmal ein wichtiger Schritt. Aber auch da, das ist eine Resolution im Europäischen Parlament, wahnsinnig entscheidend, um politische Diskurse zu setzen. Aber wir wollen jetzt auch, dass es wirklich gesetzliche Veränderungen gibt. Und dass Konversionstherapien verboten werden. Dass bei Intersex-Menschen, das ganz klar gesagt wird, Sex-Normalisierende, sorry, ich rede sonst häufig in Englisch darüber, deswegen das heißt Sex-Normalizing Treatments. Also geschlechtsnormalisierende Behandlungen müssen verboten werden. Weil ich glaube, wir müssen das wirklich einhauen. Weil das Europäische Parlament, wir haben in meine Wahl, jetzt gerade haben wir noch progressive Mehrheiten. Solche Mehrheiten können sich auch wieder wandeln. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber da müssen wir dann eben auch in den nächsten Monaten klarmachen, dass es ein wichtiges Thema ist und das wirklich festzuholen. Jetzt haben, du bist Mitglied und Abgeordnete für die Grünen im Parlament. Die Grünen haben das ja auch schon lange, ist ja ja Konsens, dass sie gegen Konversionstherapien sind und für ein Verbot. Volker Beck hat 2013 auch im Bundestag schon einen Gesetzentwurf eingebracht und die Initiative ergriffen. Aber wieso ist denn jetzt so lange eigentlich nichts passiert? Also wieso habt ihr da als Grüne nicht schon viel länger Druck gemacht und euch für ein Verbot eingesetzt? Wir haben Druck gemacht. Wir haben das eben probiert auch in den anderen Parteien sozusagen zu setzen. Wir werden auch sehr zeitnah, meine Bundestagskollegin Ulle Schaufs ist auch irgendwo da, die kann ja wahrscheinlich noch sehr viel besser und detailreicher was zu sagen, einen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen, weil jetzt ja wirklich die Frage ist, was machen wir denn genau? Also was wollen wir im Strafgesetzbuch, wie wollen wir das konkret irgendwie in Gesetzesform gießen? Der wird sehr zeitnah angenommen werden und wir wollen eben an dem Thema dranbleiben, dass es jetzt auch wirklich passiert und eben nicht auf so einer Ankündigungsebene bleibt. Bastian Melcher, ich habe noch eine, jetzt wo wir über das Verbot sprechen, dachte ich, bist du doch eigentlich derjenige, der doch jetzt der Politik sagen sollte, was passieren muss. Also du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, glaubst doch heute noch an Gott, bist aber nicht mehr in der Gemeinde. Was würdest du denn jetzt der Politik raten, was muss passieren, damit anderen jungen Menschen, wie dir das damals passiert ist, dass denen das heute nicht mehr passiert? Genau. Also das Gesetz ist schon mal eine Sache, dass eben jeder auch weiß, das ist nicht gut, das ist verboten, das sollte ich nicht machen. Dabei ist wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten nach wie vor. Warum ist das jetzt verboten? Warum ist das nicht gut? Was macht das mit mir? Was für Folgen kann das für mich oder im Fall der Eltern auch für meine Kinder haben? Nämlich tatsächlich ganz krasse Folgen bis hin zum Selbstmord, auch wie wir es im Film gesehen haben. Und ganz klar muss auch die Kirche kontrolliert werden. Da bin ich ganz stark für, weil gerade in besonders freien Kirchen, in denen ich auch zuletzt war, fühlt sich jeder berufen dazu, ein Hobbypsychologe zu sein. Und ich habe wahnsinnig viele Gebete gehabt mit Leuten, die ich halt so aus dem Gottesdienst kenne, die für mich gebetet haben, ganz offiziell von der Kirche heraus und gesagt haben, ich habe gerade einen Eindruck von Gott, er wird dir die Freiheit schenken, die du brauchst und er wird noch ganz Großes mit dir machen. Und jetzt sitze ich hier und er macht ganz Großes mit mir. Also da hatten sie recht. Aber ich glaube halt, sie können damit auch viel kaputt machen. Da sind so viele Menschen, die sagen, ich bin Seelsorger, aber sie haben keine Ausbildung. Sie haben keinen Background und sie erzählen Menschen, du musst den Leidensweg gehen, weil Jesus ist den auch gegangen. Und dann machen Menschen Dinge, die sie kaputt machen. Ein Bekannten von mir, dem wurde in so einem Seelsorgegespräch gesagt, deine Epilepsie ist eine Dämonenbesessenheit. Und das sind Sachen, wo ich sage, das darf nicht passieren, das muss kontrolliert werden. Da muss wirklich, wer sich Seelsorger nennt, braucht die Ausbildung. Der muss ein Studium machen. Und das muss kontrolliert werden, definitiv. Sehr spannend. Gleich wird ein Mikrofon rumgehen. Ihr habt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Überlegt euch die Frage jetzt schon mal. Ich habe noch eine Frage an Lukas. Du hast deine Petition auf Change.org an Jens Spahn gerichtet, unseren Gesundheitsminister. Und letzte Woche im Interview mit der Taz hat er ja angekündigt, das Verbot jetzt doch auf den Weg zu bringen. Er hat sich jetzt doch anders überlegt. Könnte man also sagen, ist es jetzt für dich gegessen? Absolut nicht. Was passiert jetzt von dir? Das war ein wahnsinnig wichtiger Zwischenerfolg, glaube ich, von uns allen, die sich in diesem Thema engagiert haben. Also die gesamte Queere Community in Deutschland, das Team von Change, von Enough is Enough, All Out, alle, die dafür Unterschriften gesammelt haben. Aber uns muss auch bewusst sein, wie Terry schon gesagt hat, dass das noch ein langer Kampf wird. Und wir müssen weiter Druck machen auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, damit da wirklich was passiert und das nicht nur eine heiße Luftnummer bleibt. Und ich glaube, da können wir alle dazu beitragen. Ganz einfach. Ich war 14, als ich das für mich festgestellt habe, dass ich schwul bin und habe mich dann mit 15, ein Jahr später, an einen Jugendpastor gewandt, der gesagt hat, es gibt bei uns, also ich komme aus Bremen, in Bremen eine Kirche, die speziell zu diesem Thema einen Kurs anbietet von Living Waters Wüstenstrom und hat mir das eben empfohlen, da hinzugehen. Und genau, das habe ich freiwillig gemacht und ich habe diesen Kurs dann mit 16, 17 angefangen, weil ich einfach ein bisschen mit mir gehadert habe. Meine Eltern haben dazu gesagt, dass sie mich unterstützen. Sie haben nicht gesagt, dass ich das machen muss. Meine Eltern waren maßlos überfordert. Sie konnten gar nicht viel sagen und ich bin ihnen auch sehr viel aus dem Weg gegangen. Wir verfolgen das Thema jetzt ja im letzten Dreivierteljahr schon relativ nah. Und ich glaube, im Spiegel gab es einen Artikel vor kurzer Zeit, wo sich eine Frau gemeldet hat, die da mitgemacht hat. Das war sogar tatsächlich mit körperlichen Schmerzen verbunden. Das ist in der Nähe von München passiert. Also ich glaube, es betrifft beide Seiten gleichermaßen. Also ich hatte fast nur christliche Freunde. Ich war auch auf einer christlichen Schule. Und da waren aber immer wieder ein paar bei, die auch mal gesagt haben, denk doch mal ein bisschen anders. Also vielleicht sieht Gott das ja auch gar nicht so krass. Und ich war derjenige, der das so krass gesehen hat dann. Weil ich einfach aus der Verzweiflung heraus das nicht mehr haben wollte. Und hatte dann auch durch die Ausbildung auch Freunde kennengelernt und auch schwule Freunde, die dann das natürlich nicht verstehen konnten, warum ich das mache. Die immer wieder mich aber auch begleitet und unterstützt haben. Und wer mir auf jeden Fall rausgeholfen hat, das sind zwei gute Freundinnen aus der Kirche, die mit mir auch auf viele Wege gegangen sind und mich unterstützt haben. Und die aber auch immer wieder gesagt haben, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Gott, an den wir glauben, dich so leiden lässt. Das kann nicht richtig sein. Und die haben letztendlich ganz viel dazu beigetragen. Und meine Eltern, die fanden es schwierig. Als ich dann mit diesem einen Mann zusammen war nach dem CSD, hatte ich ihnen das gesagt, dass ich da jemanden kennengelernt habe. Und das war eine Familienrunde. Alle saßen mir quasi gegenüber. Ich habe noch drei Schwestern. Und dann ging es wirklich so einer nach dem anderen. Todsünde, du kommst in die Hölle. Ich bin so traurig, dass du nicht mit uns kommst. Bis auf eine Schwester, die geweint hat und gesagt hat, ob wir alle noch ganz dicht sind und sie das ganz krass findet. Vieles wissen meine Eltern und Familie auch so gar nicht mehr. Ich denke, da haben sie vieles verdrängt. Und sie haben mich um Vergebung gebeten für solche Dinge. Und mittlerweile akzeptieren sie auch meinen Partner. Und er ist eingeladen zu jedem Familienfest und das ist alles kein Problem. Und sie akzeptieren, dass ich anders bin, dass ich eine andere Denkweise habe, einen anderen Glauben als sie haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also bei mir haben es meine Eltern bezahlt, weil ich einfach minderjährig war und kein Geld hatte. Und später bei einem Arzt, wo ich war, hat es meine Krankenkasse bezahlt, ja. Frau Mahler? Auf jeden Fall ist das der Hebel, um anzusetzen, über die Krankenkassen. Und es gab ja auch Recherchen unmittelbar nach der Positionspapier des Weltärztekammers von Panorama, wo ein Internist ja auch aufgedeckt worden ist, der Exorzismus betrieben hat in der Praxis und dann seine Approbation verloren hat. Und ich denke, das ist dann klar Kassenbetrug, was zu sagen, in der internistischen Praxis abzurechnen und dann Exorzismus zu betreiben, das zahlt die Kasse sicher nicht. Und ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, ein Verbot zu haben. Es geht jetzt auch gar nicht darum, kann man das immer kontrollieren? Ich sage immer, man weiß, dass man sozusagen Alkohol am Steuer nicht trinken darf, dass das verboten ist, ab einer gewissen Menge. Und wir haben nicht den Anspruch zu sagen, dann müssen wir aber auch durchsetzen, dass wir jeden Fahrer, Fahrerin kontrollieren können, ob er Alkohol getrunken hat, sondern das Signal ist das Richtige. Und da gibt es kein Vertun, das nicht zu machen. Ich glaube aber auch hier, dass wir differenzieren müssen, dass eben, wie schon angesprochen worden ist, dass viel die Kirche ist, viele Seelsorger, Seelsorgerinnen, dass viele, die diese sogenannten Konversions- und nochmal sprechen sie von Verfahren und nicht Therapien. Es sind keine Therapien. Anbieten gar nicht ausgebildete, so wie im Film auch, Therapeuten, Therapeutinnen und Ärzte oder Ärztinnen sind. Es gibt einen großen Konsens unter dem, dass Homosexualität keine Erkrankung ist und nicht Therapienbedarf. Und es gibt eine Sparte mit der Schnittstelle zur Religion, gerade auch evangelikale Freikirchen, die ja jetzt auch nochmal dazu aufgefordert haben, Kinder und Jugendliche, dass sie davon profitieren. Und es ist aber ein wichtiges Signal. Und ein Beispiel, denke ich, ist Brasilien, wo Konversionstherapien verboten waren. Das war eines der ersten Länder. Und dann unter einer medialen Aufarbeitung und Einfluss der evangelikalen Kirche, die ja jetzt auch den neuen Präsidenten mit unterstützt haben, der nun wahrlich kein LGBTIQ-Freund ist, wurde dieses Verbot aufgehoben. Das heißt, es wurde gesagt, das können wir nicht machen, die brauchen Therapie, die sind krank. Und im gleichen Jahr wurden so viele trans-, homo-, queere Menschen ermordet wie noch nie. Das heißt, es ist wichtig, dieses Signal. Homosexualität ist nicht krank und es ist nicht richtig zu sagen, wir bieten Verfahren oder Therapien oder was auch immer an, um das zu ändern. Und dieses Signal braucht es und das geht. Und jetzt letzte Frage an Lukas. Du hast ja auch mit deiner Petition ganz schön was ins Rollen gebracht. Jetzt sprechen wir hier über das gesetzliche Verbot. Spahn hast du schon überzeugt. Jetzt fehlt ja nur noch die Kanzlerin Angela Merkel und vielleicht auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Die sind ja beide nicht so wahnsinnig LGBT-freundlich. Also Merkel hatte immer Bauchweh, als sie an die Adoption gedacht hat. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, was sie alles gesagt hat über Homosexuelle. Wie überzeugst du denn die jetzt noch in der Regierung? Also ich glaube, dass wir das mit Aktivismus schaffen. Das, was wir bis jetzt geschafft haben, haben wir durch Aktivismus geschafft. Und Jens Spahn, der jetzt sagt, er hat sich das plötzlich anders überlegt. Das ist Humbug, weil vor zwei Wochen hat sein Ministerium noch was ganz anderes gesagt. Das kommt an dieser Stelle viel zu wenig zur Sprache. Und ich glaube, dass wir auch AKK und unsere Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin überzeugen können, indem wir Aktivismus betreiben, indem wir laut sind, indem wir unseren Stimmen Gehör verschaffen und indem wir einfach weiter so machen, wie wir es jetzt bisher betrieben haben. Vielen Dank. Das war die exklusive Kino-Preview zu Der verlorene Sohn. Ich danke an meine Podiumsgäste und einen herzlichen Applaus nochmal für Terry Reind, Gemittlid des Europäischen Parlaments, Bastian Melcher, ehemaliger Teilnehmer von Konversionstherapien, Lise Lotte Mahler und Lukas Havrilag. Schönen Dank, dass ihr da wart und bis bald. Tschüss. It's up to us to shape our world.